Es ist die erste und die erste Größe der Freischlösser. Ein kreussischer Fremds namens Freiburg hat sich in den niederen Faden gewonnen. Durch die Heirat mit Rosalie ist die Dame. Die mussten wir dann den kreussischen Hof verlassen, die hier am Bergamt die Kirche zu bringen. Der Dienste Sohn Freiburg verkaufte 1925 das Anwesen der Stadt. Heute ist es immer noch den städtischen Besitz. Sie können bis zu Veranstaltungen oder klassischen Fremds anwesen. The most and largest of the free is Albrechtsberg Palace. It belongs to a Russian place called Ampest. Kuckuck! Kuckuck! Willst du eine Socke rein? Ja klar. Das sind wirklich eine Zeitgabe. Kuckuck! Nee, für Beläse. Ach, oh nee! Oh nee, Frank, ey! Oh, hier wird's leer! Der erste Besitzer, Baron von Stockhausen, war der Kammerdiener von Albrecht. Dem kann es also nicht so schlecht gegangen sein. Nach Stockhausen zogen verschiedene Industrielle hier ein. Auch ein gewisser Karl August Allinger. Er hatte die Idee für das Deutsche Hygienemuseum in Dresden und verdiente sich mit Hygiene seine Lebensrunde halten. Seine größte Erfindung ist heute quasi noch in aller Wunder, das Bodol-Bundwasser. Als Bodol-König starb er hier im Jahre 1916. The second palace is called Lina Stockhausen. The first owner, Baron von Stockhausen, was the gentleman of Prince Albert. He mustn't have had a bad life. After Stockhausen, several manufacturers moved here. One was called Karl August Allinger. Thanks to him, he had the German Hygiene Museum in town. He also earned the smile in the cartoon business was using a mouthwash, which is still on the market today. Oh, don't. Lina died in 1916.